Wir alle schauen gerne YouTube-Videos, doch was würde passieren, wenn man auch noch dafür bezahlt werden würde, dass YouTube-Videos angeschaut werden? In diesem Video werde ich dir mal eine extrem geniale neue Möglichkeit vorstellen, wie du es schaffen kannst, durch YouTube-Videos anschauen, Geld zu verdienen. YouTube ist aus unserem Leben fast nicht mehr wegzudenken. Viele Leute verbringen mehrere Stunden täglich auf der Plattform. Doch warum sollte man das Ganze nicht ausnutzen und selbst mit YouTube Geld verdienen? Jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen, okay, wenn ich mit YouTube Geld verdienen möchte, dann muss ich doch bestimmt eigene Videos erstellen, oder? Nein, du musst absolut keine eigenen Videos erstellen, um mit dieser Methode Geld verdienen zu können. Jetzt wirst du dich mit Sicherheit fragen, okay, wenn ich keine eigenen Videos erstellen muss, dann muss ich aber doch bestimmt irgendwo Videos runterladen und wieder auf YouTube hochladen, oder? Und auch da kann ich dich beruhigen, nein, du musst keine fremden Videos runterladen, um mit dieser Methode Geld zu verdienen. Auch ein ganz wichtiger Hinweis, und zwar dieses Video ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, das heißt, du musst die Schritte genau befolgen, um erfolgreich zu sein und um wirklich am Ende Geld zu verdienen. Das heißt, du solltest auf keinen Fall irgendwelche Schritte überspringen, deswegen schau dir das Ganze jetzt von Anfang bis zum Ende an. Du wirst es nicht bereuen, denn das kann eine extrem gute Chance sein, um in Zukunft mit YouTube-Videos Geld zu verdienen. Mein Name ist Leon Kramer und hier auf diesem Kanal gibt es immer die neuesten und besten Methoden in den Bereichen Online-Geld verdienen und passives Einkommen aufbauen. Und falls dich diese Themen interessieren und du auch in Zukunft Online-Geld verdienen möchtest, kannst du gerne den Kanal hier komplett kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, dann bist du mal auf dem neuesten Stand und verpasst keine weiteren Videos mehr, die dir dabei helfen, neue Einnahmequellen im Internet aufzubauen. Und heute beschäftigen wir uns eben mit dem Thema Geld verdienen durch YouTube-Videos anschauen. Und ja, in diesem Video werde ich dir mal eine Plattform vorstellen, die du garantiert noch nicht kennst. Deswegen sei auf jeden Fall gespannt und gib gerne einen Daumen hoch, wenn du in Zukunft mehr von solchen Videos haben möchtest. Da würde ich mal sagen, ohne groß Zeit zu verlieren, fangen wir direkt an mit Schritt Nummer 1. So, und zwar in Schritt Nummer 1 müssen wir natürlich erstmal auf YouTube gehen. Das heißt, ich bin hier ganz normal auf der YouTube-Startseite, auf youtube.com. Das Ganze geht natürlich auch in der App, das ist kein Problem. Und ja, hier sehen wir jetzt schon zahlreiche Videos. Jetzt ist es natürlich wichtig, dass wir gute Videos finden, die auch natürlich gut geklickt werden. Das heißt, mit vielen Aufrufen. Und dazu gibt es jetzt erstmal ein paar Tricks. Und zwar, hier könnt ihr links auf der Seite auf den Punkt Entdecken gehen und dann seht ihr hier schon folgendes. Hier gibt es jetzt ganz viele verschiedene Videos, die sehr, sehr gut geklickt werden. Ich ziehe mal kurz das Ganze rüber, dass ihr das auch besser sehen könnt. So, und zwar, hier sehen wir zum Beispiel die ganzen Kategorien. Das heißt, Musik, Filme, Gaming, Sport und so weiter und so fort. Das heißt, wir klicken jetzt hier zunächst einmal auf die Trends, weil dort sehen wir dann immer genau, welche Videos aktuell im Trend liegen. Das heißt, welche Videos gerade besonders viel angeschaut werden. Und da sehen wir natürlich schon extrem gute Aufrufe. Das heißt, hier zum Beispiel vor einem Tag schon 500.000 Aufrufe. Oder hier zum Beispiel MrBeast ist einer der größten YouTuber überhaupt. Der hat, glaube ich, über 100 Millionen Abonnenten. Der hat schon nach einem Tag 28 Millionen Aufrufe erreicht, was natürlich unfassbar super ist. Hier gibt es übrigens nochmal sowas wie aufstrebende Creator. Das heißt, hier werden zum Beispiel nochmal Kanäle angezeigt oder auch Videos, die gerade eben auch besonders viele Aufrufe erzielen. Oder auch sowas wie Musik ist hier natürlich auch vertreten. Eben zahlreiche Videos, die viele Aufrufe bekommen. Zusätzlich könnt ihr natürlich auch noch verschiedene Kategorien raussuchen, zum Beispiel Musik oder auch Gaming oder auch Filme. Jetzt gehen wir aber erst einmal wieder zurück. Denn was uns natürlich interessiert, sind Videos, die extrem viele Aufrufe haben, aber die natürlich auch urheberrechtsfrei sind. Weil klar, man könnte die Methode auch mit Videos durchführen, die hier zum Beispiel auf der Trendseite vorhanden sind. Aber dort hat man natürlich immer das sogenannte Urheberrecht und wir wollen natürlich ganz legal und 100%ig seriös arbeiten. Deswegen gibt es dafür nochmal einen Trick. Und zwar, wir können hier oben einfach in die Suchspalte ein Thema eingeben, was natürlich sehr, sehr interessant ist und was natürlich auch spannend ist und viele Aufrufe gibt. Ein Klassiker sind da natürlich zum Beispiel immer Tiervideos. Das heißt zum Beispiel Funny Dog, also lustiger Hund. Zum Beispiel hier Funny Dog. Und jetzt sehen wir schon folgendes. Wir geben jetzt einfach mal Funny Dog ein und jetzt fällt schon auf, hier gibt es auch wieder sehr, sehr viele Aufrufe. Zum Beispiel hier nach einem Tag schon 200.000 Aufrufe. Aber was wir jetzt machen wollen, ist folgendes. Und zwar, wir filtern jetzt hier und das ist ganz, ganz wichtig. Das dürft ihr auf keinen Fall hier vergessen, dass ihr hier nach Creative Comments filtert. Das heißt hier wählen wir jetzt Creative Comments aus. Und hier sehen wir jetzt schon folgendes. Und zwar hier sehen wir eben alle Videos, die Creative Comments eingestellt haben. Und was bedeutet einfach Creative Comments? Das heißt, man darf diese Videos verwenden und ja, das ist urheberrechtsfrei. Das heißt, man hat da keinerlei Konsequenzen zu befürchten. Der Ersteller des Videos hat sogar selbst freiwillig angegeben, dass man diese Videos urheberrechtsfrei verwenden darf. Das heißt, hier können wir jetzt nochmal weiter filtern und zwar nach Anzahl der Aufrufe. Das heißt, jetzt werden hier die Videos mit den meisten Aufrufen ganz oben angezeigt. Und das sehen wir natürlich auch schon direkt hier 29 Millionen Aufrufe, was natürlich einfach mal super ist. Natürlich haben wir noch zahlreiche andere Videos. Hier zum Beispiel 10 Millionen Aufrufe oder hier 3 Millionen Aufrufe. Aber 29 Millionen Aufrufe ist natürlich super. Das heißt, hier haben wir jetzt ein Video, was schon super ist. Warum weiß man, dass das Video super ist, ohne es gesehen zu haben? Das sieht man einfach an dieser Aufrufzahl. 29 Millionen Leute werden sich dieses Video natürlich nicht ohne Grund angeguckt haben. Es wird schon ziemlich lustig sein. Sonst hätte es eben nicht so viele Aufrufe. Und was jetzt eben spannend ist, und zwar, ihr kennt es vielleicht, wenn ihr bei WhatsApp seid oder wenn ihr irgendwo auf einer anderen Plattform seid, zum Beispiel bei Instagram. Wie ist es denn da? Freunde, Familie, Bekannte, die schicken euch meistens lustige Videos zu. Zum Beispiel dieses Hunde-Video. Und davon könnt ihr eben extrem profitieren. Das heißt, ihr könnt mit solchen Videos extrem gutes Geld verdienen. Und das ist wirklich ganz, ganz einfach. Das heißt, jedes Mal, wenn hier so ein Video angeschaut wird, könnt ihr davon profitieren und damit Geld verdienen. Ohne, dass ihr das Video selbst hochgeladen habt. Ohne, dass ihr das Video selbst erstellt habt. Ohne, dass ihr irgendwas selbst gemacht habt. Nur mit dieser Methode, die ich euch jetzt verraten werde. Und zwar mit der Plattform, die ich euch gleich vorstellen werde. Das Wichtigste ist erstmal, ihr klickt hier auf das Video rauf. Und dann wird euch das Video natürlich angezeigt. Ja, wir können es jetzt auch angucken. Aber wir wollen natürlich keine Zeit verlieren. Ihr könnt euch das Video natürlich selbst anschauen. Was uns jetzt erstmal interessiert, ist natürlich der Link. Den können wir ganz einfach kopieren, indem wir hier zum Beispiel auf Teilen klicken. Das heißt, wir klicken hier einmal auf Teilen rauf. Und jetzt sehen wir hier schon den Link. Diesen Link, das ist eben der Link, der zum YouTube-Video führt. Wenn wir diesen Link jetzt hier kopieren würden und oben bei Google einfügen würden, dann würden wir genau zu diesem Video kommen. Und jetzt werden vielleicht einige von euch denken, okay, wenn ich dieses Video jetzt weiterschicke, dann verdiene ich doch kein Geld. Dann habe ich doch nichts davon. Aber jetzt gibt es mal einen Trick, den ihr verwenden könnt, um eben damit Geld zu verdienen. Und zwar kommt jetzt eben diese neue Seite ins Spiel, die ihr garantiert noch nicht kennt. Und zwar die Seite shirtfly.com. Wird so geschrieben, s-h-r-t-fly.com. Und hier könnt ihr eben URLs, also Links, kürzen und damit Geld verdienen. Das heißt, das Ganze läuft folgendermaßen ab. Ihr könnt hier einfach ein Konto erstellen. Ist komplett kostenlos und 100% legal. Dann könnt ihr hier einen Link einfügen. Und dann könnt ihr auch schon damit Geld verdienen. Also ganz, ganz einfache Schritte. Das Ganze läuft dann eben folgendermaßen ab. Und zwar, wir fügen dann hier den Link vom YouTube-Video ein. Und können dann eben damit Geld verdienen. Das heißt, jedes Mal, wenn dann hier mit dem YouTube-Video eben Klicks erzielt werden, dann verdienen wir damit Geld. Wie passend dazu, schaut auch gerne jetzt in die Videobeschreibung. Denn dort habe ich euch noch mega spannende Methoden zum Online-Geldverdienen verlinkt. Denen ihr sogar ohne eigene Arbeit Online-Geld verdienen könnt. Also Link dazu in der Videobeschreibung. Wie viel Geld verdient man ungefähr, das werde ich jetzt einmal zeigen. Und zwar gibt es da verschiedene Raten, je nach Land. Und zwar sehen wir das Ganze hier. Es kommt natürlich auf die Länder an. Wenn es jetzt zum Beispiel Videos mit Aufrufen aus Grönland sind, dann bekommt man pro 1.000 Klicks eben 21 Euro. Wenn es aus den USA sind, 8.000 Euro. Und die meisten Leute werden natürlich hier bei euch, beziehungsweise die Zuschauersvideos aus Deutschland kommen. Da kriegt man 6 Euro, was natürlich auch schon ganz gut ist. Das heißt, ich werde mal ganz kurz ein Beispiel geben. Und zwar hier merken wir uns 6 Euro pro 1.000 Klicks. Beziehungsweise ich werde das jetzt mal mit 8 Euro rechnen, weil wir jetzt natürlich hier mal ein internationales, beziehungsweise englisches Video haben. Das heißt, wir rechnen jetzt mal mit 8 Euro. So, und zwar hier dieses Video 29 Millionen Aufrufe. Wenn wir jetzt hier das Ganze einmal ausrechnen lassen. Und zwar 29 Millionen Aufrufe. Natürlich können wir jetzt nicht davon ausgehen, dass man jedes Mal 29 Millionen Aufrufe sammeln kann. Vor allem natürlich mit Klicks über den Link. Deswegen gehen wir jetzt mal von 1 Prozent aus. Also 1 Prozent von diesen Aufrufen hier. Deswegen einmal durch 100 rechnen. Da ist man immerhin schon noch bei 290.000. Jetzt wissen wir, man kriegt hier für eben 1.000 Klicks 8 Euro hier beim englischsprachigen Video. Das heißt, nochmal eben durch 1.000, weil man eben für jeden, für alle 1.000 Klicks eben die Summe dann erhält. Das heißt, hier rechnen wir jetzt 290 mal 8, mal 8 Euro. Da hätte man hier mit nur 1 Prozent dieser Aufrufe schon 2.320 Euro verdient. Das heißt, in dieser Methode steckt extrem viel Potenzial. Und wie ihr das Ganze jetzt machen könnt, das zeige ich euch jetzt. Und zwar meldet ihr euch zuerst einmal hier bei Shirtfly an. Dazu klickt ihr hier eben einfach auf Registrieren. Übrigens, falls sich Leute fragen, wie ich die Seiten immer auf Deutsch übersetze. Und zwar, das könnt ihr ganz einfach mit dem Google Chrome Browser machen. Dazu übersetzt ihr die Seite einfach im Browser selbst. Aber es geht natürlich auch hier mit der Originalseite. Dazu klickt ihr hier oben auf Registrieren, beziehungsweise hier oben auf den grünen Button drauf. Dann öffnet sich schon die nächste Seite. Ihr könnt einfach Namen nach meinem E-Mail angeben. Ist alles 100 Prozent kostenlos. Also da muss man nichts bezahlen oder so. Und dann kann man hier sich komplett kostenlos anmelden. Ja, kommen wir jetzt zum ganz wichtigen Teil. Und zwar zur Auszahlung. Und zwar, wie viel kann man denn verdienen? Und vor allem, wie wird man bezahlt? Hier kann man eben über Paypal bezahlt werden oder auch über verschiedene andere Anbieter. Zum Beispiel Payoneer oder auch als Banküberweisung. Bei Paypal kann man schon das Ganze auszahlen lassen ab 5 Dollar, beziehungsweise ab 5 Euro. Oder eben als Banküberweisung dann ab 50 Euro. Also wenn man hier 5 Euro gesammelt hat, kann man sich das Ganze auszahlen lassen. Ich persönlich würde immer Paypal empfehlen, weil es einfach unkompliziert ist und am schnellsten geht. Und das Geld kommt wirklich innerhalb von 48 Stunden direkt aufs Konto. So, und jetzt werde ich euch nochmal zeigen, wie es weitergeht, nachdem ihr euch angemeldet habt. So, wenn ihr euch jetzt angemeldet habt, sieht das Ganze so aus. Und hier klicken wir jetzt einfach auf einen neuen Link. Wir können auch hier den Massenschrumpfer verwenden. Das heißt, hier können wir dann eben mehrere Links einfügen. Das heißt, mehrere Videos. Und dann eben diese gleichzeitig hiermit verwenden, um damit Geld zu verdienen. Aber wir fangen natürlich erstmal mit einem Video an. Übrigens nochmal zum Verständnis. Ich habe diese Seite hier mit einem Chrome Browser übersetzt. Das heißt, ich zeige mal, wie es im Original aussieht. Normalerweise sieht die Seite so aus hier auf Englisch. Dazu klickt ihr dann einfach auf New Shorten Link. Das heißt, ihr könnt hier einen neuen Link eben einfügen. Und das werden wir jetzt auch einmal machen. Dazu klicken wir jetzt hier einfach einmal rauf. Und jetzt können wir den Link hier einfügen. Welchen Link? Den, den wir eben kopiert haben. Und zwar diesen hier vom lustigen Hund Video. Das heißt, hier Funny Dog Video. Dazu klicken wir auf Teilen. Und können dann hier eben diesen Link kopieren. Und diesen Link fügen wir jetzt einfach auf der Seite ein. So, jetzt fügen wir den Link hier einfach ein. Hier, zack, fügen wir das Ganze ein. Und ja, dann haben wir hier schon unseren Link drin. Jetzt können wir hier nochmal was hinschreiben. Und zwar hier schreiben wir dann hin zum Beispiel sowas wie, ja, lustiger Hund, lustiger Hund oder eben Funny Dog. Ja, Funny Dog passt besser, weil es ja auch eben ein englisches Video ist. Funny Dog. Und ihr könnt es übrigens mit allen möglichen Videos machen. Das ist jetzt hier nur ein Beispiel. Dann hier natürlich ganz normal Shirtfly.me als Domain auswählen. Das wirkt auf jeden Fall seriöser als diese Domain hier. Deswegen hier. Dann, wann dieser Link hier ungültig sein soll. Und da würde ich ganz klar auswählen, so lange wie möglich. Also bis 2023 beziehungsweise 32 sollte dieser Link schon gültig sein. Damit ihr natürlich so lange es geht, ja, Geld verdienen könnt. Das ist eben hier kein Problem, dass ihr das mehrere Jahre lang machen könnt. Und natürlich auch noch in 10 Jahren sollte das Ganze auch noch klappen. Und ja, dann habt ihr eigentlich schon alles. Und jetzt klickt ihr hier einfach auf Shorten. Hier habt ihr jetzt einfach euren Link. Das heißt, den könnt ihr jetzt ganz einfach kopieren. Und jetzt läuft es folgendermaßen ab. Und zwar, wenn Leute dann eben auf diesen Link klicken, dann wird einmal eine ganz kurze Werbung angezeigt. Die Werbung kann man einfach wegklicken. Oder man guckt sich kurz ein Video an. Wie bei YouTube auch bei der Werbung. Ihr kennt es ja zum Beispiel 5 Sekunden oder 10 Sekunden. Und dann verdient ihr jedes Mal, wenn auf den Link geklickt wird, Geld. Das heißt, es gibt jetzt folgende Möglichkeiten. Ganz klar, ihr könnt natürlich diesen Link dann weiterschicken. Zum Beispiel bei WhatsApp oder auch bei Instagram oder auch bei zahlreichen anderen Plattformen. Aber jetzt werden einige natürlich sagen, Okay, ich habe jetzt aber nur so und so viele Bekannte. Wie soll ich dann jetzt tausende Leute damit erreichen? Und dazu gibt es jetzt nochmal einen extrem guten Tipp. Und zwar die Plattform Reddit. Die Plattform Reddit ist einfach eine Plattform, auf der eben zahlreiche Videos oder auch lustige Sachen geteilt werden. Das heißt, hier könnt ihr extrem einfach Reichweite erzielen. Ihr erstellt euch hier einfach einen Account und könnt dann zum Beispiel einen weiteren Trick verwenden. Und zwar, ihr könnt dann zum Beispiel die ersten 5 Sekunden beispielsweise des Videos einblenden. Und dann schreibt ihr folgendes hin. Und zwar, wenn ihr das ganze Video sehen wollt, klickt ihr auf diesen Link. Dann kommt ihr zum ganzen Video. Das heißt, die Leute, die können dann eben sich das Video anschauen und ihr verdient dann eben für jeden einzelnen Klick Geld. Und das ist natürlich einfach mal super. So, jetzt natürlich die Frage, wie kommt man dann zum Beispiel hier auf 400 Euro pro Monat? Das heißt, es läuft natürlich so ab. Es geht natürlich hier beispielsweise immer nach 1000 Klicks beziehungsweise im Schnitt wird man eben für die 1000 Klicks bezahlt. Das heißt zum Beispiel in den USA 8 Euro, in Deutschland 6 Euro. Und ich werde es mal ein ganz einfaches Beispiel geben. Und zwar, wenn ihr das hier mit der Reddit-Methode macht, das machen auch natürlich viele. Und zwar hier sehen wir das Ganze. Hier wurde auch ein YouTube-Video eingeblendet. Hier ist der Link. Da kommt man direkt zum YouTube-Video. Und ja, wir werden das Ganze einfach mal ausrechnen. Und zwar 400 Euro wollen wir eben bekommen. Das heißt 400 Euro. Jetzt teilen wir das Ganze mal eben durch 6, weil wir natürlich pro 1000 Aufrufe in Deutschland 6 Euro bekommen. Das heißt, ja, hätten wir hier zum Beispiel 66, also 66,6. Das heißt, wir müssten 66 mal 1000 Aufrufe bekommen. Also 66.000 Aufrufe. Jetzt schauen wir uns mal an, wie viele machen denn solche Videos hier, die zum Beispiel über Reddit geteilt werden. Dazu klicken wir jetzt hier einmal rauf. Und ja, dann sehen wir hier direkt schon Folgendes. Und zwar, dieses Video hier hat alleine schon über 600.000 Aufrufe erzielt. Das heißt, es ist hier im Prinzip überhaupt kein Problem, über Reddit richtig gute Aufrufe zu erzielen. Das Beste ist natürlich, ihr könnt nicht nur ein Video teilen, sondern richtig viele Videos. Das heißt, selbst wenn ihr pro Video zum Beispiel nur 10 Euro verdient und dann zum Beispiel auch pro Monat 50 Videos teilt, mal 50, hättet ihr schon 500 Euro, also schon über 400 Euro pro Monat verdient. Jetzt gibt es nochmal einen kleinen Bonus-Tipp. Und zwar, ihr könnt es natürlich auch so machen, dass ihr zum Beispiel euch einen Kumpel schnappt oder eine Freundin oder wen auch immer und ihr stellt euch hier zum Beispiel beide einen Account bei Shirtfly und ihr stellt dann beide eben Links und ihr schickt euch die Links eben immer gegenseitig hin und her, könnt dann raufklicken und verdient dann gegenseitig immer und immer wieder Geld. Ja, wieder mal eine absolut Top-Methode zum Online-Geld verdienen. Falls ihr jetzt noch mehr verdienen wollt, zum Beispiel auch mehrere 100 oder 1000 Euro pro Monat, dann schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Dort habe ich noch weitere Methoden zum Online-Geld verdienen verlinkt. Dann natürlich Daumen hoch geben und natürlich auch dieses Video gerne an eure Freunde weiterschicken. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss.